Von Ihnen habe ich ja nichts anderes erwartet. Wie soll man darauf reagieren? Ich habe heute den Experten für Schlagfertigkeit da und ich will alles wissen, wie ich mich verhalten soll, wenn ich so angegriffen werde. Ich hasse das, da keinen Spruch parat zu haben. Ich habe einen körpersprachlichen Trick, den ich anwenden kann. Aber heute möchte ich wissen, wie ich mich verbal wehren kann gegen diese Verbalattacken. Ich hasse das. Und deswegen habe ich heute Vlad Yachchenko da. Vlad, herzlich willkommen. Ja, schlagfertige Grüße, Yvonne. Ja, was würdest du denn machen in so einer Situation? Du kennst das ja, also du schulst das ja. Man steht da und man denkt, okay, jetzt bitte die Zeit anhalten. Ich brauche mal eine Minute, um darüber nachzudenken. Und dann würde ich gerne antworten. Also bei der Schlagfertigkeit genauso wie beim Gitarrespielen oder beim Joggen gibt es unterschiedliche Level. Es kommt darauf an, wie schlagfertig jemand schon von Natur aus ist. Es gibt einfach Leute, die zum Beispiel quasseln können ohne Ende, so wie wir beide. Und Menschen, die nicht so redselig sind. Und das Gleiche ist auch bei der Schlagfertigkeit. Und es gibt unterschiedliche Level. Level 1 ist für Einsteiger. Level 3 ist für Fortgeschrittene. Und Level 7 ist für so Megaprofis wie Winston Churchill oder Mahatma Gandhi. Und da können wir gerne auch alle Level uns heute anschauen. Wichtig ist aber, man kann Schlagfertigkeit erlernen. Es muss also keiner schlagfertig geboren sein, sondern es gibt einfach Techniken, so wie es bei Gitarre Akkorde gibt. Und beim Joggen ein Fuß von den anderen gibt es auch bei der Schlagfertigkeit einfache Techniken. Die haben manchmal auch lustige Namen. Und über die können wir heute gerne sprechen. Ich weiß, was du meinst mit Winston Churchill. Das war ja großartig, dieses, wie geht es mit dem, wenn ich ihr Mann wäre? Ah, erzähl mal die Geschichte. Ja, berühmte Geschichte. Winston Churchill sitzt mit Lady Esther, einer Parlamentarierin in einer Abendgesellschaft am Tisch. Und Lady Esther, die mag den Winston nicht. Und sie sagt zu Winston Churchill, Winston, wenn ich deine Ehefrau wäre, ich würde dir Gift in deinen Kaffee tun. Und Winston antwortet darauf, Yvonne. Wenn ich ihr Mann wäre, würde ich ihn trinken. Das hat natürlich gesessen. Eine superschöne Geschichte. Aber sowas fällt einem natürlich nicht ein. Never ever. Also fangen wir mal an, ganz einfach mit Level 1. Genau, fangen wir an mit Level 1. Und Level 1 ist die sogenannte Rückfragetechnik. Die Rückfragetechnik heißt einfach, dass ich meinen Gegenüber frage, was meinen Sie damit? Beziehungsweise, was meinst du damit? Also jemand sagt, ein Kollege sagt, das war doch absoluter Schwachsinn, was du da verzapft hast. Und ich kann immer in jeder Situation eine Rückfrage stellen, was meinst du damit? Einfach eintätowieren auf den Unterarm, was meinst du damit? Das kann man auch bei Kunden machen, weil manchmal sind Kunden oder auch Chefs ein bisschen böse, sagen etwas Komisches. Was meinen Sie damit? Dann siezen wir natürlich unseren Kunden oder unseren Chef. Und das hat gleich zwei fette Vorteile. Der erste Vorteil ist, du bekommst Zeit, weil während der andere ja nochmal erklären muss, was er damit meint, habe ich ja ein paar Sekunden gewonnen. Und der zweite schöne Vorteil ist, häufig sind die Menschen, die uns angreifen, selber gar nicht schlagfertig. Das heißt, die hauen was raus und wenn ich frage, was meinst du damit, dann kommen die in eine schlagfertige Situation und denken, ja, ich wollte damit eigentlich nur, weil du ja irgendwie mit Slide 3 angefangen hast. Und damit bringen wir unser Gegenüber unter Druck. Und das ist der zweite Vorteil dieser Rückfragetechnik. Was meinst du damit? Was meinen Sie damit? Passt in 99,9 Prozent der Situation? Fischmaultaktik, ich habe eine Frage. Ja! Ich habe eine Frage dazu. Ich Körpersprache, du verbal. So, was meinst du damit? Welche innere Haltung soll denn da mitkommen? Was meinst du damit? Also was meinst du damit? Finde ich super. Habe ich schon tätowiert auf den Unterarm. Was meinst du damit? Aber welche innere Haltung? Das ist, glaube ich, noch das Wichtige. In dem Moment, wo du angegriffen wirst, musst du ja sofort das Stoppshild rausholen irgendwie, dass du nicht tatsächlich wegläufst oder tot umfällst oder rot anläufst oder sonst was. Und dann, welche innere Haltung? Eher so, was meinst du damit? Oder, äh, was meinst du damit? Oder, was meinen Sie damit? Also, soll ich mich dumm stellen? Oder wie, hast du da eine Idee? Also, da gibt es ja diese zwei unterschiedlichen Situationen. Einmal in einem Hierarchieverhältnis, wenn das also zum Beispiel ein supergroßer Chef oder ein wichtiger Kunde ist, dann wäre die innere Haltung, die ich empfehle, eine neugierige Haltung. Zum Beispiel, ah, was meinen Sie damit? Also, dieses, ich will es jetzt wirklich wissen, ich habe es so einfach nicht verstanden, vielleicht erläutern Sie das kurz. Das heißt also, wenn es ein schwieriges Hierarchieverhältnis ist, würde ich immer mit einer Neugier starten. Und wenn wir irgendwo sind, wo wir unter gleichen Kollegen oder jemand auf der Straße, im Bus oder so, greift uns an, da können wir gerne auch mit ein bisschen frecher sein. Was meinst du damit? Also, da kann es ein bisschen aggressiver und frecher sein. Es kommt also darauf an, in welchem Verhältnis wir zu machen. Boah, ich weiß nicht. Echt? Wirklich? So, wenn ich unter Freunden, was meinst du damit? Boah, da kriege ich sofort ein, die... Why not? Also, ich nehme immer die Neugierige, die ein bisschen... Also, wir Frauen haben ja auch noch, bei euch Männern geht das ja leider nicht, aber wir Frauen haben ja auch noch den Vorteil, wir können uns immer so ein bisschen dumm stellen. Das ist ja ein Geschenk, das wir bekommen haben. Was meinst du damit? Also, Neugier geht immer. Ja, keine Ahnung. So, was? Verstehe ich nicht. Okay, gut. Super, finde ich klasse. Das war erstens. Also, das war Level 1. Was meinst du damit? Aha. Cool. Zweitens. Level 2 ist ein bisschen verwandt mit Level 1, geht aber ein bisschen in eine philosophische Richtung. Und zwar ist es die sogenannte Definitionstechnik. Also, ich greife einen Begriff aus der Aussage heraus, ich zoome da drauf und anschließend frage ich nach der Definition. Also, beispielsweise ist es irgendwie Weihnachten oder ist es Geburtstag und irgendjemand sagt, ja, was hast du eigentlich im letzten Jahr geschafft? Und dann gucke ich mir dieses, ist natürlich fies, ich weiß, aber viele Menschen sind leider gemein und also nicht umsonst ist der Schlagfertigkeitskurs, den ich habe. Weißt du was? Entschuldige mal, aber meine Leute kennen mich ja, dass ich immer gerne mal unterbreche, wenn mich was beschäftigt. Und, sorry, ganz kurz, dieses, was hast du eigentlich, weißt du was mich manchmal, wenn irgendwelche, ja, Auftraggeber, Kunden, ganz selten, aber doch passiert und da kriege ich, da stellen sich mir die Nackenhaare zu Berge und da brauche ich einen Schlag, jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich weiß ja, wer ich bin, was ich kann, aber ganz am Anfang. Weißt du, was die gemacht haben? Wo haben sie eigentlich ihre Ausbildung gemacht? In diesem Ton? Echt jetzt? So, dann sag mir mal, was man darauf antwortet. Also, ich kann diese Definitionstechnik auch darauf anwenden. Das ist jetzt nicht die coolste Technik, aber sie ist relativ einfach und bringt auch mein Gegenüber ein bisschen ins Schwitzen. Zum Beispiel könnte man fragen, was meinen Sie jetzt mit Ausbildung? Und dann kann man, wenn einem das so ein bisschen mehr einfällt, meinen Sie jetzt die formale Ausbildung oder die informale, die sowieso viel wichtiger ist? Das ist natürlich schon ein Spin, den jetzt nicht jeder hingekriegt hätte, weil es gibt ja diese zwei Arten von Ausbildung. Die formale ist das in der Schule, in der Ausbildung, im Studium. Also, das wäre jetzt nicht jedem eingefallen. Aber da kriegt die Technik einen kleinen Twist. Aber auch dieses, ja, wo haben Sie eigentlich studiert? Ja, 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 ja. Ja, genau. Was meinen Sie denn eigentlich mit studieren? Vielleicht wissen Sie ja, dass man Schauspielerei gar nicht studieren kann im klassischen Sinn. Und insofern nehme ich immer heraus, ja, also, dann kann ja der andere nochmal darauf eingehen. Das ist also je nachdem, wie der andere dann spielt. Aber wichtig ist, dass du einen Begriff rausgreifst. Zum Beispiel kann man jemand sagen, ja, die Präsentation, die war so, so, la, la. Und dann kann ich das rausgreifen als Begriff und sagen, ja, was meinen Sie mit so, la, la? La, la, ganz genau, ganz genau. Oder man könnte sagen, ja, also, Ihre Interviewführung. Ja, also, das kann man wirklich, das ist, die ist fraglich. Und dann, und dann können wir fragen, ja, und was meinen Sie denn mit fraglich? Und das ist auf jeden Fall Level zwei. Es ist nicht zu kompliziert. Aber gleichzeitig bin ich so ein bisschen wie der Philosoph und gehe auf die Definition des Begriffs. Wäre es nicht auch noch eine gute Idee, da ein genau einzufügen, wenn ich mir so überlege? So, was meinen Sie genau mit fraglich? Mhm, auf jeden Fall. Und was ich aus der Gebärmutter raus ehrlich meine? Also, wirklich nachfragen, was, was, also, so, mit der inneren Haltung, helfen Sie mir bitte, dann lerne ich daraus, was meinen Sie genau mit fraglich? So, ne? Genau, 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 genau. Und wie gesagt, da sind wir jetzt noch auf Level zwei, also relativ weit unten. Aber damit kommt man schon durch viele Situationen durch. Also, zum Beispiel, das haben Sie aber nicht gut gemacht, Herr Müller. Ja, was meinen Sie denn mit nicht gut? Und dann muss andere nachliefern. Und häufig ist es sogar so, dass diese verbalen Attacken gar nicht böse gemeint sind, sondern dass die Menschen einfach leider die falschen Wörter nehmen. Also, sie meinen es gar nicht so böse, aber sie sind ja rhetorisch nicht so gewieft wie du und ich. Und deswegen verwurschteln sie sich in der Sprache und dann erklären sie sich, nein, nein, ich habe es nicht so gemeint. Und dann korrigieren sie sich selbst. Also, diese Definition und Rückfrage, damit kann man loslaufen. Weißt du, was mein Trick ist dann, wenn mir so jemand kommt und ich schaffe es, dieses Stoppschild rechtzeitig rauszuholen, ist dann immer, weil da hast du genau den Punkt getroffen oder gesagt, der zutrifft. Und ich sage mir dann immer, er meint nicht mich persönlich. Es ist kein persönlicher Angriff und ich ziehe mir jetzt die Sachinformationen raus. Das ist ein bisschen energieaufwendig, aber wenn man das mal inhaliert hat, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Weil meistens sind die Sachen nicht persönlich gemeint, sondern sie sollen tatsächlich einen Sachinhalt transportieren. Naja, was heißt meistens? Man fährt selber besser oder man kommt besser klar damit, wenn man sich einbildet, dass es nicht persönlich gemeint ist. Weil sonst wirst du wahnsinnig. Wenn du alles persönlich nimmst, wirst du wahnsinnig. Wenn dir zum Beispiel einer an der Kasse sagt, können Sie mal ein bisschen schneller auflegen, dann denke ich, der greift mich jetzt an. Was will der von mir? Geht ihm gar nichts an, wie langsam oder schnell ich das mache. Aber tatsächlich meint er wahrscheinlich, mein Kind wartet draußen oder mein Hund jault, da hören Sie es nicht und hat seine eigenen Probleme. Also das mit dem nicht persönlichen Nehmen, das hilft schon sehr, sehr gut für die innere Haltung. Auf jeden Fall. Und wenn du magst, können wir gleich mal zu Level 5 springen und zwar gleich deine Situation nehmen. Level 5 ist natürlich... Warte, wir verraten noch, dass du natürlich auch Kurse gibst und auch Online-Kurse hast und alles Mögliche. Und wo sie Level 3 und Level 4 oder dein YouTube-Kanal sehr grandios, ich habe heute Morgen schon die ganze Zeit geguckt, können die ja mal anschauen. Wie kommen die Leute mit dir in Kontakt? Auf jeden Fall. Also vielleicht können wir einfach in die Beschreibung den Online-Kurs verlinken. Der heißt nämlich 30 Schlagfertigkeitstechniken. Also das sind ganze 30 Stück und da kann sich jeder rauspicken, was er möchte. Und insofern einfach auch den Kurs draufgehen und sich von mir beleidigen lassen. Ich beleidige auch im Kurs. Ich warne schon mal vorher. Und die Teilnehmer haben dann drei Sekunden Zeit. Ich mache den. Ich mache den auf jeden Fall. Auf jeden Fall Level 5 zu dieser Situation. Level 5 ist, das geht auch schon Richtung Winston Churchill, dass man mit Ironie etwas Witziges sagt. Aber diese Ironie soll den anderen nicht angreifen. Also es ist keine Retour-Kutschentechnik, sondern es soll die Situation auflockern. Und wenn zwei Menschen miteinander lachen oder lächeln können, dann ist die Spannung komplett weg. Also ich nehme mal dein eigenes Beispiel, wo du gesagt hast an der Kasse, ja, was sind sie denn so langsam? Was ist denn da los? Warum geht das nicht schneller da vorne? Also irgendwas in diesem Bereich. Und dann könnte man sich kurz fragen, wie könnte ich daraus einen kleinen Witz machen? Und wenn du magst, Yvonne, du kannst es probieren. Ich? Ja. Ich soll jetzt klagfertig antworten? Ja, probier. Okay, okay, okay. Also du hast noch ein bisschen Zeit. Also stell dir vor, ich muss mich erst mal warm machen. Auf jeden Fall ein paar Sit-Ups und Liegestütze. Und damit du ein bisschen Zeit hast, ich werde gleich die verbale Attacke nochmal sagen. Und dann legst du los. Also, ja, warum geht das denn da vorne so langsam? Können sie denn nicht schneller machen? Ich habe zu tun heute, verdammt. Was ist Level 5? Ach, Ironie. Warte mal. Das ist jetzt genau die Situation, die ich hasse. Genau das habe ich. Ich will das nicht. Aber zugegeben... Ich sage dann, Entschuldigung, tut mir leid. Zugegeben, du hast ja meinen Online-Kurs nicht gesehen. Deswegen. Oh, scheiße. Okay. Jetzt pflaume ich dich an. Ja. Also, genau, kannst du machen... Geht's noch langsamer? Ja, Sie müssen wissen, wer da her... Mein zweiter Vorname ist Schnecke. Und das Interessante an diesem Ding ist, viele von uns erwarten jetzt irgendwie so eine geniale, mega krasse Antwort. Aber für den Alltag müssen wir nicht mega witzig sein. Wir sind ja keine Profi-Comedians wie Mario Barth oder Dieter Nuhr. Genau, es ist ein bisschen witzig. Also, es ist so ein bisschen witzig. Es ist überraschend, das ist witzig. Das ist, glaube ich, der Punkt. Und der Mensch, also, wenn irgendwie sowas passiert, der Mensch, der taut sofort auf, weil er denkt, okay, der nimmt das erstens nicht persönlich, zweitens nimmt er das spielerisch. Und das ist auch deine Frage, die ich schon vorhersehe wie ein Prophet. Mit was für einer Haltung gehe ich an diese Ironie-Technik ran? Und die Haltung ist die Haltung, das Leben ist ein Spiel. Und wir sind alle Schauspieler. Super. Oh, kriege ich Gänsehaut. Ja, das bedeutet also, egal was passiert im Leben, wir sind Schauspieler. Wir haben uns eine Rolle ausgesucht. Die Rolle, die du dir ausgesucht hast, ist eine unglaublich charmante Trainerin für Bühnenpräsenz. Die Rolle, die ich mir ausgesucht habe, ist das Schlagfeld. Ein unglaublich charmanter Trainer für Rhetorik. Ja, sozusagen. Und diese Rolle können wir doch auch überall spielen. Und manchmal fällt es uns schwer, weil wir das Leben zu ernst sehen. Also beispielsweise, wenn etwas Nicht-Erfolgreiches passiert, dann denken wir, verdammt. Aber in Wirklichkeit, wen kümmert es in 60 Jahren, ob ich ein Wort verschluckt habe in diesem Interview? Ungefähr niemanden. Sogar die Zuhörer verzeihen uns die kleinen Fehler. Und wenn man dann es schafft, einen kleinen Witz daraus zu machen. Und da muss man assoziativ ein bisschen schnell sein. Also zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ja, Ihre Präsentation hatte ziemlich viele Ungereimtheiten. Dann würde ich darauf zum Beispiel sagen, naja, es ist ja auch kein Gedicht. Also das ist... So was würde mir nicht einfangen. Ich bin schon... Genau, oder probieren. Ich habe sofort, als du den halben Satz gesagt hast, habe ich gedacht, was genau meinen Sie mit Ungereimtheiten? Sehr gut. Das ist meins jetzt. Das ist dein Ding. Wir können ja mich nochmal testen. Vielleicht kannst du mich einmal nochmal beleidigen, damit ich die Ironietechnik nochmal präsentieren kann. Irgendwas. Sie haben... Sie haben ja schon wieder überzogen. Nächstes Mal halten Sie sich gefälligst mal an die Vorgaben, ja? Ja, das ist mein Problem. Vorgaben und sowjetische Staatsbürgerschaft, das passt einfach nicht. Ja, und auch das, ja, also das ist halt, das ist witzig. Und dann nehme ich mich ein bisschen aufs Korn. Und jetzt gibt es noch eine Technik, das ist die Sarkasmus-Technik. Die empfehle ich übrigens nicht, also die nutze ich gerne, aber die empfehle ich deinen Zuschauern nicht. Sarkasmus-Technik ist, wenn du dich lustig machst über den anderen. Und eine Sache, die zum Beispiel man darauf sagen könnte, ja, halten Sie sich doch mal an die Vorgaben. Nee, dazu bin ich nicht deutsch genug, aber Sie als autoritätsgläubiger Mensch können das sicherlich viel besser als ich. Und das ist dann so ein Boom in the face, sagen dazu die Amerikaner. Das heißt, ich mache mich lustig und die Assoziation, da muss man ein bisschen schnell und trainiert sein, ist natürlich Vorgaben. Deutsch, niemals eine Revolution, halten Sie sich an Gesetze, egal was drinsteht. Und diese Assoziationskette, die kommt bei mir halt in 0,2 Sekunden im Kopf vor. Und deswegen kann ich das etwas schneller. Aber nochmal, Rückfrage und Definition, das kann man einmal. Weil das ist ja genial. Also Leute, wir haben uns vorher nicht abgesprochen und er wusste auch nicht, wie ich ihn angreifen werde. Und ich will das auch können, ich will auch witzig antworten. Weil ich stelle mir vor, da sitzen die anderen da und alle so. Wichtig ist aber, dass man irgendwie noch dem anderen das Gefühl gibt, dass er sein Gesicht wahren kann. Also je nachdem, wo in der Hierarchie derjenige sich befindet, glaube ich. Absolut. Ich will gar nicht mehr den anderen verraten, die sollen mal auf deine Seiten gehen und mal ein bisschen stöbern. Sehr gern. Ich finde das großartig. Ich will das auch können und ich werde diesen Kurs machen. Mein Tipp, mein Körpersprachetipp ist, den muss man allerdings auch üben, schlagfertig zu reagieren ist, wenn, greif mich mal an. Also Yvonne, ich finde das Blau, das passt doch gar nicht zu deinen Augen. Wow. Eine Statue. Ich halte das, ich halte das aus und so lange müsst ihr gar nicht aushalten. Das ist, meine innere Haltung ist, ach du Armer. Und ich habe das jetzt immer, immer gewonnen damit, immer. Es ist echt der Hammer. Man muss das üben. Es gibt eine kleine Geschichte, wie ich da drauf gekommen bin, das zu machen. Ich saß im Zugabteil, wo sechs Leute, also drei, drei sitzen, drei, drei Sitze und habe mich in die Mitte gesetzt, der einen Reihe. Ich habe meinen Laptop aufgeklappt und so weiter und dann kam ein Typ rein, 50 ungefähr war der, stellt sich vorne hin, schaut auf sein Ticket, schaut mich an und sagt, ich war alleine in dem Abteil, ne, sagt, mein Platz, ich war alleine in dem Abteil und okay, ja, ist ja sein Platz, dann habe ich mich woanders hingesetzt, aber habe ich genau ihm gegenüber hingesetzt, habe meinen Laptop wieder aufgeklappt und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ihn nur angeschaut, die ganze Zeit, völlig empathielos. Ich habe keine, er wusste überhaupt nicht und dann hat er gesagt, was ist denn, und ich, was, nix? Sie schauen mich an, als wäre ich ein Mörder oder so. Und ich, was, nee. Cool. Aber das, ja, das war echt anstrengend, ich war so mutig. Und dann kamen noch zwei Mädels rein und dann hat er sich sofort mit den Mädels zusammengetan, so, ja, guten Tag, wo fahren Sie denn hin und bla 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 und hat den Schutz in der Gruppe gesucht. Ey, das war so cool. Das ist aber auch fortgeschrittenes Zeug, also da muss man jetzt... Weiß ich nicht, man muss es halt üben, ne, und das, ich könnte noch ein paar andere Geschichten erzählen, die das dann, aber du musst es auch mal ausprobieren und dann sagst du mir, wie es dir damit gegangen ist, ja. Okay, die sogenannte Schweigetechnik. Äh, anstarren. Weil, wer starrt denn in der freien Natur, wer starrt denn wen an? Es ist das Raubtier, das Opfer, kurz bevor das Raubtier zuschnappt. Dann ist dieses Anstarren, dieses empathielose, konzentrierte Anstarren, dann ist das. Und das kennen wir und deswegen so, wow, 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 Hilfe. Ah, bin ich böse. Okay, ja, vielen Dank, Vlad. Dankeschön. Es wird alles verlinkt hier unten drunter. Das war ganz, ganz toll. Ich werde dieses, das meinen Sie genau damit, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen und ich wünsche mir, dass ich diese Ironie auch mal auspacken kann. Ich glaube, da muss man auch sich vorher noch mal ein bisschen klar machen, was kann ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und was kannst du mir eigentlich, oder? Das ist doch das Beste, ja? Yes, ma'am. Yes. So, thank you very much, my dear. Es war wunderbar, dich dabei zu haben. Dankeschön. Ich wollte dich ja schon immer in meinen Videos haben, jetzt habe ich es geschafft. Dankeschön. Und euch wünsche ich ganz, ganz viel Spaß, wenn ihr den Kurs macht. Gebt mir gerne auch Feedback oder, Vlad, du sagst mir, wenn es auch Feedback gab, dann darüber. Und ich wünsche euch, ja, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.